und die findest du da etwas ach das spiel ist manchmal so merkwürdig aber wenn es nicht merkwürdig wer wir sehr logisch und logisch wäre seltsam und seltsam ja ihr wisst schon so wo geht es hier jetzt weiter darauf nehmen ja und da was ich ja da muss ich dann weil diesen angriff sonst keine markt das weiß ich nicht das ding trotzdem nicht das werde ich gleich das nächste mal wenn ich hier irgendwie zauberformen tauschen kann ich den säure regen wieder raus ja zack oh und die beiden auch nochmal kann ich da eigentlich normalerweise müsste ich ja mit säure regen vergiften ach bin ich vor er ist leer okay weg aus zack okay einmal zweimal ja komm du so die ratten lassen wir so ich bin fast tot ich bin fast tot zack zack heilen ja und der hund der rennt hier unkoordiniert herum als wäre er weiß ich nicht nein ich glaub's nicht ach ja hier ach heil ach heil ach heil ach heil ach heil muss ich da mit dem hund rüber rüber laufen vielleicht hab ich jetzt schon ne hallo na toll jetzt komm ich hier nie wieder raus oder wie ähm hallo komm ich jetzt echt nie wieder raus ach ja ok verstehe das geht zu ja da kommen natürlich wieder die blobs gut einmal zweimal nein verdammt so ok und runter ja 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 zack tot es ist irgendwie merk ouch merkwürdig sollte ich hier echt vielleicht mit dem hund rüber laufen ne das geht sich nicht aus obwohl ich könnte ja mal probieren hm so könnte ich mal probieren ne zack 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 ja das könnte gehen ich werde das wahrscheinlich noch hundertmal probieren müssen so nein ah jetzt habe ich natürlich den ja den starken angriff vom hund habe ich natürlich jetzt ah du diese blöden schleimdinger ich hasse sie gut ich ich sage irgendwie zu jedem gegner boah dieser blöder gegner ich hasse ihn nein es ist noch manchmal sehr die Prämie in diesem Spiel mit dem Treffen weil die Trefferrate teilweise schon also die nicht die Trefferrate sondern ja doch die Trefferrate das ist manchmal wirklich etwas nervig so nicht glaube ich muss ja einfach so rüber rumpeln hätte ich gesagt so 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 ja perfekt ich hab sie ja doch drauf blöder schleimbeutel Zack! Na komm! Na warte! Zack! Wieso hast du so viel aus? Zack! Gott! Ratten! Überall nur Ratten! Ja der Hund hat mal beide mit Double Kill... Oh! Fertig gemacht! Autsch! Oh ich bin schon wieder fast! Nein! Nein! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Kraft auf... Achja eben! Das wird... Ein böses Ende nehmen! Befürchtet! Ich will hier noch nicht rein! Will ich hier schon rein? Ach je je! Das wird jetzt wirklich... Das... Könnte jetzt echt ein... Okay hier geht's nicht runter! Das könnte jetzt echt ein böses Ende nehmen! Ja! 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 Das... Wieso hab ich keinen Kraftraum mehr? Honig... Blätter! Ich werde zuerst die Blätter von... Und die frisst die blöden Blocks auf! Also das darf mir nicht mehr passieren, dass ich keinen Kraftraum mehr habe! Das ist böse! Das ist echt böse so! Und ich weiß auch nicht wieso, dass ich hier... Ach hey! Nochmal! Huh! Huh! Gefährlich! Gefährlich! Ja ja! Klar! Ja das war jetzt wahrscheinlich auch blöd! Kann ich mir vorstellen! Oder war das blöd? Ich bin mir sicher! Ich bin mir sicher! Irgendwas hat sich da eins getan! Hm! Irgendwas hat sich da eins getan! Was auch immer! Okay! Okay! Und die frisst die doch, ne? Geht das nicht? 40! Okay! Okay! So, wo bin ich jetzt hier? Ach hey! Haufenweise Schalter! Ich aktiviere natürlich alle Schalter! Weil es so Spaß macht! Zack! Okay! So! Wo bin ich jetzt? Ach jetzt bin ich wieder hier! Okay! Autsch! Ja! Gut! Ich mein, ich komm ja nicht aus! Rein da! Mal sehen wo wir jetzt hier hinkommen! So! Wo komm ich hier hin? Oh! Jetzt bin ich wieder! Ach so klar! Ich... Jetzt wird wahrscheinlich hier! Oder ich hoffe, dass jetzt hier! Eine weitere Tür offen ist! Also hier war der Kampf! Ich speichere mal! Ah! Das ist ganz wichtig! Hier eventuell rein! Ne! Zuvor! Moment mal! Ich muss natürlich zuvor! Hier wieder mit meiner Zauberbrückenformel! Rauf zu den Speichepunkten! Wie gesagt! Ich will ja nicht schummeln! Also Safe State Load mache ich ja nur, wenn... Äh! Wenn ich wirklich... Ja! Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Safe State Load, wie gesagt, mache ich ja nur dann, wenn ich wirklich... Ähm! Ja! Wenn sich das Spiel aufhängt! Also ich manchmal durch... Oh mein Gott! Ja! Ich stehe mitten! Und jetzt falle ich runter! Und bla bla bla! Und überhaupt! Ja toll! Gut! Das war jetzt suboptimal! Aber ich habe ja noch Honig! Ich mein, ich könnte jetzt auch... In Hektors Lager gehen und Wurzeln kaufen! Und ich habe zu wenig... Geld dafür! Das ist das Problem! Deshalb heile ich mich mit Blättern! So! Und rauf da! In diesen Tür! In dieses Tür hinein! So! Was passiert hier? Oh! Wieder so eine Gegend! Schön! Oder auch nicht schön! Ich weiß es nicht! Hm! Mal gucken! Oh! Oh! Und ich... Ich Idiot verdrück mich natürlich! So jetzt! Ich habe sechs Lektar und drei Honig! Ich muss aufpassen! Ha! Das wird jetzt... Das wird jetzt... Schwierigst, schwierigst, schwierigst! 120! Sehr schön! Und schon wieder so ein netter... Plopp! 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 Ja, Hundi, du bist auch zum... Zum Schreien komisch, lieber Hund! Wieso sind eigentlich diese Plopps? So stark kann mir das jemand erklären! So, mir reicht's! Oh! Der Hund ist tot! Ich habe doch drei Hunde gut! Okay! Achja! Und die Brücke geht gleich wieder weg! Das ist ja toll! Okay! 202! Na gut! Achja! Ah, hier ist ja etwas! Schön! Vier Stück Wachs gefunden! Ja, Wachs bringt jetzt nicht viel, oder? Moment mal! Es gibt hier irgendwo... Ja! Irgendwo gibt's ja hier... Oder war das in der Pyramide? Nee! Irgendwo gibt's hier einen Alchemisten! Wow! Habe ich ja gehört, ne? Soll es hier irgendwo geben! Einen Alchemisten! Und beim Alchemisten kann man dann hoffentlich auch Zutaten kaufen! Wäre zumindest! Sehr lobenswert, muss ich sagen! Zack! Nee! Autsch! Ich weiß ja, oben könnte es... Würde es auch weitergehen! So theoretisch... Ah, ist auf Schalter! Okay! Zack! Einmal diesen blöden Schleimbeutel hier! Kann ich hier? Nee! Okay! Dann hier rauf! Ha! Ich muss so aufpassen! Ich glaube, ich habe jetzt einen leichteren Impuls! Denn es ist gerade so spannend! Und so... Nervenkitzeln und so! Denn ich muss ja, wie gesagt, aufpassen, dass mir hier nichts passiert und so, ne? Buah! Ich könnte ja auch einfach mal Hitzeblitz zaubern! Hitzeblitz! Zack! Habe ich noch 18! Okay! Einmal geht! Zack! Ja! Wunderbar! Ich glaube, der erreicht Level 15! Das ist... Toll! Oh! Hector gefunden! Ja, wunderbar! Das gefällt mir auch gut! Und der Hund ist gleich wieder mal tot! Das gefällt mir gar nicht gut! Ne? Da! Dieses dumme Dings da! Gut! Ah ja! Und jetzt kommt er natürlich... Autsch! Jetzt kommt er natürlich gleich wieder! Ist ja auch jetzt nicht anders zu erwarten! Mensch! Brauche ich hier nicht! Ah! Jetzt wieder eine Brücke! Okay! Zauberbrückenformel! Zauberbrückenformel glaube ich habe ich auch bald nicht mehr! Oder wie viel habe ich da? Zwei Stück! Okay! Na toll! Hm! Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin oder nicht! Was war das? Okay! Fühlt es sich nur so an, als könnte ich in die Mauer eintauchen! Oh! Noch ein Plopp! Schön! Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier wieder mal komplett den falschen Weg auffüge? Ach ja! Ähm! Nein! Autsch! Ah! Diese blöden Viecher! Hier? Ne! Der Hund ist schon wieder tot! Okay! Ich habe noch zwei Hundekuchen! Achso! Der Hundekuchen heilt nur 100 sehe ich gerade! Nicht 144! Das ist ja doof! Ich dachte der heilt den Hund! Autsch! Ich dachte der heilt den Hund komplett! Ich bin auch schon wieder bald fast Geschichte! Ah! Das ist schon bitter so! Muss ich schon sagen! So und ich habe das Gefühl, dass ich hier einen kompletten Blödsinn zusammengelaufen bin! Oder kann das sein? Ne! Ich laufe einfach mal runter um! Wow! Oh mein Gott! Was macht der hier? Nektar! Aber der steht mir schon äußerst merkwürdig! Hier muss ich schon sagen! Was macht der hier? Ist das ein spezieller? Morbius? Ne! Okay! Wow! Der Hitzeblitz ist schon richtig stark! Ja! Der Hund packt den! Genauso wie es gehört! Hund! Friss! Ach ey! Mach mal Hitzeblitzes besser! So! Zack! Ja das ist ein spezieller! Definitiv! Ja! Schön! Bronze Speer erhalten! Wunderbar! Wow! Und jetzt bin ich hier! Oh! Irgendwas habe ich gerade gemacht das wo ich jetzt mir nicht sicher bin ob das jetzt gut ist oder nicht! Ah es ist natürlich gut! Denn ich glaube jetzt habe ich genau das gefunden was ich gesucht habe! Nämlich einen Weg hier rüber! Und hier rauf! Ja toll! Denn hier geht es weiter! Das bringt mir nichts! Denn hier geht es auch weiter! So! In der Wand entlang! Und hier rüber! Ja! Das wird schon spannend! Wow! Das war nicht! Eine Frametrop! Ne? Jetzt komme ich hoffentlich hier irgendwo raus! Ja wunderbar! Schön! So! Krüge! Fünf Stück Wachs! Und viermal Schwefel gefunden! Hier kann ich nicht rein! Oh! Ah! Sieh an! Sieh an! Moronius? Bist du das? Ich bin nicht Moronius! Ich bin sein Bruder! Imbizelius! Woher kennst du ihn? Er gab mir eine Formel, die es mir ermöglicht die Krumen zu überqueren! Das ist ja toll! Dann kannst du ja hier nach dem Juwelenauge suchen! Lass mich dich mit dieser Feuerballformel ausrüsten! Ja wunderbar! Jetzt bekommen wir Feuerball! Ziel wird durch Feuer zerstört! Und jetzt machen wir gleich mal den Säuererring weg! Die Schlammbombe behalte ich, weil die ist relativ günstig sage ich mal! Heil Aura brauche ich eigentlich nicht, damit ich hier gleich mal etwas zusammenräume! Telekinese brauche ich auch nicht, behalte ich aber! Und die Zauberbrücke behalte ich erstmal auch! So! Du brauchst zwei Schwefel! Du brauchst Schwefel und zwei Priesen Asche um die Formel zu mischen! Spielstand speichern! Wunderbar! Bitte! 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 Verkaufen wir Zutaten! Nein! Sie sind nicht einfach! Nein! Nein! Wieso verkauft mir der keine Zutaten? Na toll! Na toll! Du dummer Alter! Achso! Ich speichere! Weil ich habe so auch gespeichert noch! Ach ja ja! Ach ja ja! Das ist jetzt schade! Ich wollte eigentlich Zutaten kaufen hier bei diesen tollen Burschen! Und der Feuerball! Ich bin jetzt immer überlegen, ob ich Feuerball trainieren sollte oder Hitzeblitz! Weil ich meine, Feuerball, der braucht schon, muss ich sagen, ziemlich wilde Rohstoffe! Oder? Was war das? Asche und Schwefel! Ja! Und Schwefel ist jetzt nicht gerade günstig in der Anschaffung! Muss ich sagen! Na? Gut! Und rauf da! Und rüber da! Und ja! Hier! Tralala! Darauf! Und ich habe jetzt noch eine Zutaten! Das ist ein Bronzesbär! Schön! Und der Hund? Ja! Ist auch stark!